Herzlich willkommen zu einem Infovideo. Ja, das steht ja davor, hoffentlich. Ich hoffe, ich habe es nicht vergessen. Skyrim oder Tezo ist natürlich eine Frage. Das habe ich jetzt hier nicht im Bild mit reingeschrieben, das Fragezeichen, weil ich nicht hinter dem Wort Tezo ein Fragezeichen machen würde. Das sieht ein bisschen dämlich aus, deswegen habe ich es so gelassen. Ja, worum geht es in diesem Video? Es geht darum, welcher von diesen beiden Spielen, die ja momentan auf meinem Kanal laufen, als Endlustprojekte, welches von diesen tollen Spielen eine ganze Woche für sich bekommt, und zwar zwei Folgen täglich. Ihr sollt jetzt abstimmen, entweder zwei Wochen, äh, zwei Wochen, genau, zwei Folgen täglich Skyrim. Dafür wird natürlich auch ein Battle-Projekt entfallen müssen. Das tut mir dann schon mal leid. Welches es dann immer sein wird, vielleicht wird auch gar kein Battle-Projekt kommen. An manchen Tagen kommt eins, an manchen nicht. Das werde ich dann so entscheiden. Fakt ist auf jeden Fall, zwei Wochen, ach, Mann, ich meine zwei Wochen, zwei Tage, nein, zwei Folgen. So, jetzt habe ich es. Zwei Folgen Skyrim oder Tezo pro Tag eine Woche lang. Das heißt, von Montag bis Sonntag. Das heißt, 14 Folgen in einer Woche. Das ist doch mal was, oder? Und ihr seid jetzt abstimmen. Ich kann mir das Ergebnis zwar schon denken, aber ich möchte es von euch hören. Skyrim oder Tezo. Wir sehen uns im nächsten Infovideo. Da wird es auch nochmal sowas geben, nur das wird nur eine Weile sich hinziehen. Gut, bis dann und ciao.